Ich habe es Ihnen ja versprochen. Ich halte Sie auf dem Laufenden hier auf dem Kanal, was das Thema Zinsen beim Finanzamt angeht. Diese 6% Zinsen beim Finanzamt, die sind ja verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht 2021 schon entschieden. Und jetzt zum 1. August 2022, da kommt die Neuregelung für die Zinsen beim Finanzamt. Ich verrate Ihnen in diesem Video die vier Punkte, die sich konkret ändern. Dann erstens, wie viel Prozent Zinsen werden das denn jetzt? Zweitens, ab wann gilt das? Rückwirkend oder erst ab jetzt 2022? Und drittens, gilt das eigentlich für alle Zinsen beim Finanzamt? Für die Nachzahlung, für die Erstattung? Was ist mit den anderen Zinsen bei der Steuerhinterziehung? Und viertens, wo ist eigentlich das Gesetz, was diese Zinsen neu regelt? Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Texpro GmbH. Wir gehen direkt rein. Punkt 1. Wie viele Zinsen werden das denn jetzt konkret? Die 6% sind ja nicht mehr zu halten. Ich verrate Ihnen die Antwort. Das werden jetzt 1,8% Zinsen. Also nicht mehr 6%, sondern 1,8% und zwar pro Jahr. Das ist unser neuer Zinssatz, der ab diesem Sommer in Deutschland gilt. Und wenn Sie jetzt sagen, Frau Lederer, 1,8%, wo kommt denn das her? Wie soll das in der aktuellen Marktlage überhaupt fair und gerecht sein? 1,8%? Die kriegen wir auch bei den Banken nicht. Im Gegenteil. Wir müssen sogar auf unser Geld noch bei den Banken Strafzinsen bezahlen. Ich verrate Ihnen, die Antwort aus Berlin ist keine. Die Bundesregierung hat bis heute nicht offengelegt, wie sie diese 1,8% genau ausrechnet. Daran gab es viel Kritik. Natürlich allen voran die Bundessteuerberaterkammer. Die hat das ganz vehement kritisiert, dass die Berechnung für die 1,8% unbedingt offengelegt werden muss. Denn nur dann haben wir die von allen Seiten geforderte Transparenz in Steuersachen. Aber genau das hat man in Berlin nicht gemacht. Das heißt, wir haben jetzt konkret 1,8% Zinsen beim Finanzamt. Und das im absoluten Widerspruch zur aktuellen Situation auf den Finanzmärkten. Wo sie 0% Zinsen oder auch Negativzinsen haben. Bei uns in Hessen, genauso wie in NRW und in Bayern, da gab es den Vorschlag an die Bundesregierung, aktuell zumindest 0% Zinsen zu regeln. Eben weil die Lage an den Finanzmärkten so ist, wie sie ist. Und dieser Vorschlag ist in Berlin nicht gehört worden. Das heißt, wir haben jetzt die 1,8%, von denen wir nicht wissen, wo sie genau herkommen, wie sie sich ausrechnen. Also ob das im nächsten Anlauf vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben wird oder nicht auch verfassungswidrig ist. Schauen wir mal. Und wir kommen zum zweiten Punkt, den Sie wissen sollten, wann der neue Zinssatz mit diesen 1,8% beim Finanzamt eigentlich in Kraft tritt. Gilt das erst ab jetzt, ab diesem Sommer? Nein, das gilt rückwirkend. Das Ganze gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2019. So lange geht das zurück. Wenn Sie wissen wollen, warum das so ist, das ist eine Hausaufgabe, die kommt vom Bundesverfassungsgericht. Als das Bundesverfassungsgericht in 2021 geurteilt hat, dass die 6% Zinsen beim Finanzamt verfassungswidrig sind, da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, klare Aufgabe an den Gesetzgeber in Berlin, hier muss eine neue Regelung her und zwar schnell. Und dafür hat das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung eine Frist gesetzt und hat gesagt, sobald ihr das macht, wird das rückwirkend gelten ab 1. Januar 2019. Und mein Punkt Nummer 3, für welche Zinsen gilt das eigentlich? Wir haben ja ganz viele verschiedene Zinsen beim Finanzamt. Die Nachzahlungszinsen, ja, für die gilt das. Wenn Sie also eine Steuernachzahlung haben, dann haben Sie 1,8% Zinsen ans Finanzamt, rückwirkend ab 1. Januar 2019. Das wissen Sie jetzt. Bei den Erstattungszinsen, wenn Sie also eine Steuererstattung bekommen, da gelten diese 1,8% auch, aber nur für die Zukunft. Für die Vergangenheit haben Sie das, was wir im Steuerrecht den Vertrauensschutz nennen. Ja, also merken Sie sich, Nachzahlung 1,8% ab 1. Januar 2019, Erstattung auch 1,8%, aber nur ab 1. August 2022. Und es gibt ja noch mehr Zinsen beim Finanzamt. Wenn Sie eine Steuer stunden, weil Sie sie aktuell nicht voll bezahlen können, dann bezahlen Sie Zinsen. Wenn Sie eine Steuer aussetzen, weil es Zweifel gibt, ob die Steuer überhaupt rechtmäßig ist und weil Sie klagen beim Gericht, auch dann bezahlen Sie Aussetzungszinsen. Und auch bei der Steuerhinterziehung, auch da bezahlen Sie Zinsen. Das sind dann die sogenannten Hinterziehungszinsen. Also für all diese Zinsen, was gilt da jetzt? 6% oder 1,8%? Ich verrate Ihnen die Antwort. Bei diesen Zinsen gelten nach wie vor die 6%. Korrekt. Diese 1,8% Neuregelung gilt nicht für die Aussetzungszinsen und gilt nicht für die Stundungszinsen und schon gar nicht für die Hinterziehungszinsen. Denn da ist die Argumentation in Berlin, wer die Steuer nicht voll bezahlt, sondern stundet, der muss eine Art Strafe bezahlen. Wer die Steuer nur aussetzt, eigentlich auch eine Strafe. Steuerrechtlich, meiner Meinung nach, ist das komplett falsch. Denn wenn ich eine Aussetzung habe beim Finanzamt, dann setzt das Finanzamt die Steuer ja aus, freiwillig oder erzwungenermaßen, eben weil die ganze Sache vor Gericht geklärt wird. Aber in Berlin ist man der Meinung, auch in dem Fall muss den Steuerzahler eine Strafe treffen und er bekommt die 6% Zinsen rein. Selbes bei den Hinterziehungszinsen. Also ob diese 6% bei diesen drei Zinsarten beim Finanzamt, ob das verfassungsrechtlich korrekt ist, da würde ich als Steueranwältin meine Hand wirklich nicht für ins Feuer legen. Wir schauen mal, wie das die nächsten Jahre bei den Gerichten so geklärt wird und ob das Ganze überhaupt im Einklang mit unserem Grundgesetz steht, unserer Verfassung in Deutschland. So, jetzt setzt hier gerade ein Geräusch ein. Hören Sie das? Das ist mein Ventilator. Wir haben heute in Frankfurt sage und schreibe 36 Grad. Und mein Venti, der macht gleich schlapp. Ich schaue mal, ob ich das im Video nachher rausgefiltert kriege. Wenn nicht, dann begleitet uns dieses Geräusch jetzt den Rest vom Video. Und eins noch zwischendrin. Das ist so eine Art Punkt 3a, den ich für Sie habe. Das sind die Säumniszuschläge, die das Finanzamt verlangt. Wissen Sie, wenn Sie die Steuer nicht rechtzeitig bezahlen, dann will das Finanzamt von Ihnen ja Säumniszuschläge. Und genau diese Säumniszuschläge, die haben in sich, tragen die, so nennen wir Steuerrechtler das, natürlich einen Strafteil, der soll bestrafen, erzwingen, sanktionieren, dass Sie die Steuer bezahlen und Sie haben auch einen Zinsanteil in sich drin. Diese Säumniszuschläge. Und dieser Zinsanteil, der hat ja genau dasselbe Problem. Sind das jetzt 6% oder 1,8%? Wenn Sie das noch nicht gesehen haben, schauen Sie sich mal ein Video dazu an. Denn auch dieser Zinsanteil ist natürlich ein rechtliches Problem, aber nicht für die Bundesregierung in Berlin. Die sagen ganz klar, auch dieser Zinsanteil liegt bis auf Weiteres bei 6%. Und bis auf Weiteres sage ich ganz bewusst, weil natürlich wir schauen müssen, was Steueranwälte wie wir hier bei TexPro aus diesen 6% in den nächsten Monaten und Jahren bei den Gerichten so machen. Bei den Säumniszuschlägen mit ihrem Zinsanteil und den anderen Zinsen, die bei Steuerhinterziehung, Stundung und Aussetzung anfallen und aktuell bei 6% bleiben sollen. Damit kommen wir zum vierten Punkt, den Sie wissen sollten, zu den Zinsen beim Finanzamt. Und das ist die Frage, ist das Ganze jetzt denn schon Gesetz? Ist das ein offiziell verkündetes, bekannt gemachtes, veröffentlichtes Gesetz? Fast so gut wie. Das ganze Ding mit den 1,8% Zinsen, das steht in dem Gesetz drin, das ist ein sogenanntes Änderungsgesetz zur Abgabenordnung. Abgabenordnung ist unser Steuergesetz. Und dieser Gesetzesentwurf, der stammt ursprünglich vom Bundesfinanzministerium. Ja, das ist dafür zuständig. Als nächstes hat die Bundesregierung einen Entwurf gemacht. Ja, das war am 2. Mai dieses Jahr. Und dieser Entwurf muss dann erst mal vom Bundestag in Berlin beschlossen werden. Auch das ist passiert. Recht flott, am 12. Mai schon. Ne, Entwurf vom 2. Mai. Dann gab es im Gesetzgebungsverfahren noch mal eine Anhörung von Sachverständigen, von Verbänden, von der Steuerberaterkammer, im Finanzrechtsausschuss. Da gab es auch einiges an Kritik an diesen 1,8% Zinsen. Aber die Kritik ist nicht durchgegangen. Der Gesetzentwurf ist so geblieben, wie er ist. Und hat den zweiten Schritt passiert für die Gesetzgebung in Deutschland. Nämlich den Bundesrat. Der Bundesrat hat am 20. Mai 2022 beschlossen, dass die 1,8% Zinsen kommen. Und zwar unverändert in dieser Version von dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Ich zeige Ihnen auch die Quelle dafür. Wie immer, Sie wissen es. Ich habe es in der Videobeschreibung verlinkt, wenn Sie sich das anschauen wollen. Schauen Sie hier. Hier haben Sie den Gesetzesentwurf. Deutscher Bundestag, 20. Wahlperiode. Das ist das gute Stück hier vom 2. Mai 2022. Und diese Zinsen, die stecken eben drin im, ich habe es Ihnen ja gesagt, dem Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung. Okay, hier ist das Ding drin. Und ich habe noch eine Quelle für Sie. Das ist der Deutsche Bundestag selbst auf bundestag.de. Der schreibt hier auf seiner Internetseite, Regierung will Verzinsung von Steuernachforderungen anpassen. Falsch. Das ist einfach falsch. Hier. Will ist es nicht. Muss. Die Regierung muss anpassen. Das ist die klare Ansage vom Bundesverfassungsgericht letztes Jahr gewesen, weil die 6 Prozent, Sie wissen es, verfassungswidrig sind. Aber in dieser Quelle, da finden Sie eben auch, der Bundestag hat das Ganze am, Sie sehen das hier, 12. Mai 2022 beschlossen. Okay, und wie geht das jetzt genau weiter? 1,8 Prozent Zinsen für immer? Wird das für immer gelten? Nicht ganz, denn in diesem Gesetzesentwurf, da steht auch drin, dass man sich in Berlin diese 1,8 Prozent Zinsen alle drei Jahre anschauen will. Man möchte diesen Zinssatz evaluieren. So steht es drin. Alle drei Jahre. Auch da war die Forderung von den Verbänden im Finanzrechtsausschuss, dass alle drei Jahre viel zu selten ist. Wir erleben ja momentan eine ganz große Zinsdynamik. Die EZB steht kurz vor der ersten großen Zinserhöhung und das wird nicht die letzte dieses Jahr sein. Und diese 1,8 Prozent einzufrieren auf 2022, 23, 24, 25, will man sich das dann frühestens wieder anschauen. Ob das auch das verfassungsmäßig ist, schauen wir mal. Wenn Sie wissen wollen, was es mit diesen Zinsen genau auf sich hat, ich habe dazu ein Video gemacht, schauen Sie sich das an und hören Sie auch gerne in meinen DATEV-Podcast rein. Den habe ich hier auch in der Videobeschreibung drin. Ich hoffe, es hat Sie schlauer gemacht heute. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, spätestens Freitag 18.30 Uhr. Bis dann, ciao.